Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit Minimengleich aus Gilde Nr. 2. It's rumble time. Gegensoren T36 von Throwdown Therapy. Throwdown TH. Throwdown Therapy. Throwdown Therapy. Wie heißen die denn? Throwdown THC. Ja, okay. Alles klar. Kenne ich nicht, habe ich vorher noch nie gehört. Macht nix. So, nächstes Match. So, das ist jetzt, naja gut, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen, was denn da kommt. Und dann kommen wir hier einfach direkt schon mal mit ihm an. Weiter pushen. Push, 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 push. Put, 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 put. Jawoll. So. Auf ins nächste Match. So, dann haben wir hier, komm, wir fangen mit der Biegeschule an, weil es könnte ja auch gut möglich sein, genau, dass ich mit dem Eugene Belcher und dem Diorama Gene schon gleich eine Francine Smith von die Nase gesetzt bekomme, die dann auch sofort tot ist. So, damit habe ich irgendwie schon gerechnet. So, und dann natürlich mega geil, noch Cigarette Dicts hinterher. Gegen Bubba Duke. Roger. Bubba Duke. Bubba Duke. Roger. So, wen haben wir als nächstes? Mr. Business. No sex matches. No sex matches. No sex matches. So, was haben wir denn hier? Mr. Business. Princess Little Pities. So, was haben wir denn hier? So, Princess Little Pities. Dann haben wir hier eine lila. Katz. Bob. Bandit Bob. Pau Tucket Patriot Ale. Jawoll, Mann. Geilo. Noch fünf Matches. Harley Quinn. Mach mal den denn da jetzt am besten. Na, komm hier. Tina. Mit Balloon Fight. Leon Peddard. Na, Salz. Grape Eater. Grape Eater. Na, Salz. Na, Salz. Ma finding. Neues matches left. Also, ähm. Oder auch einfach üblich. Gegen Chris K. 40. Na, das ist. Das ist schön. Kann ich hier mit dem Sexualkunde Peter kämpfen. Starfing Academy. Cadet Hill und das war's gegen Chris K. Forty. Noch drei Matches offen gegen Devils. Da fangen wir halt einfach mal mit der Stuffing Academy an. Das sollte jetzt auch dann schon wieder reichen, mit dem Diarama-Jean. Dann haben wir hier Rogers Kleiderschrank, der Hank Hill und das war's. Das war eine super schnelle Runde. So, noch zwei Matches offen. So, ich muss mal ganz kurz. So, einen Moment bitte. Bin da ich wieder da, bin da ich wieder da. So, hier I am, rock you like a hurricane. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So, amd 7711 mit einer glatten 100. Ja, und das war jetzt hier natürlich, das ist natürlich jetzt hier so easy. Easy. Da sind wir dann auch schon durch. Gucken wir mal bei denen. Haben 30 Leute gekämpft. Wir haben ja noch eine halbe Stunde. What? Tristan mit einer glatten 1000. Knuckster 990. Scotty Pippen 997. What the fuck? Fanzinho BR 990. Andrelo 990. Simal 990. Gabriel D 990. Georgios 990. Marunga 990. Sweezy 990. Xtrike 990. Markpaul 990. Markpaul 990. Markpaul 990. Benitha 990. Benitha 990. Mobi 990. Ililil. Neut 76. Snorz 990. 64. Bibi 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 990. 16. Magdor 549. Raffi Treffi 990. Quackmüller 990. 333. Anderson Edge. H926. Zardos 9. 911. Red Therapy 906. So. Gut. Ich hab dann 990. Ne? Ich glaub. Spiele ich noch nicht in meine Top 10 mit 99? What the fuck? Outlaw Deek 876. Bobob 847. Slim G. Albertus. Smug & Fresh. Bruno. Max. Max. Bals Suarez. Strawberry Antonius Ma 808 I3 5 Sheriff und James 67 Damit hatten wir bis jetzt 40 aktive 26 Minuten, um uns zu spielen Ich glaube, da braucht man nicht lange drüber nachzudenken Das Ding werden wir gewinnen Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben Da schreibt was in die Kommentare Aboniert den Kanal und schreibt es nächstes Mal wieder einmal, wenn es da ist Animation Throwdown Mit mir dann werden gleich Auf rein, macht's gut, bis dann und tschüss